Ich gratuliere dem Bezirksvorsteher, aber natürlich auch den beiden gut. Bei Mike Hanke muss ich nochmal eben gucken mit den Ähnlichkeiten bei den Figuren. Aber nochmal, Klasseaktion und ich hoffe, dass wir viel Spaß daran haben und dass viele, die hier vorbeifahren, das dann auch zu finden. Vielen Dank. Ich sage mal, den Briefladen, wo wir unsere Schulsachen hier gekauft haben. Jetzt ist es ein bisschen gut. Nein, nein, ich wollte nur noch ein bisschen, das war ein bisschen. Ich glaube, mal herzlichen Dank. Das ist ein Lärmvertrag, oder? Letztens.